Letzter Morgen. Jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann packen wir die Koffer fertig und in zwei Stunden geht es dann zum Flughafen. Und hier Frühstück, vielleicht kann ich euch sehen lassen. Also, nicht mega gut. Viel besser als die Tage bis jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind jetzt am Flughafen. Koffer abgegeben. Jetzt geht es ab nach Bangkok zurück. Wey. Keine Lust. Aber naja. Ne, auf jeden Fall hat unser Gepäck hier ganz schön auseinander. Wir sehen diesen ganzen Bomben-Gedöns. Und, äh, uah. Mal gucken. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Es ist das zweite Mal in Bangkok. Wir sind jetzt gelandet und jetzt geht das gleiche Spielchen wie letztes Mal los. Einreise, Koffer holen, Geld wechseln und Taxi suchen. Und dann hoffen wir mal, dass auch diesmal wie sonst auch alles mit der Wohnung klappt und die schon auf uns warten. Und ja, dann wird eigentlich morgen, wenn wir nur essen gehen und uns relaxen, umhängen. Und übermorgen geht es dann nach Hause. Musik 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 Musik